...und ganz in der M85, dass es Herbert eben gehört. Spachtung 1-0-joule b variation der Ergebnisse der Familie ausgetan. Platz 2 geht an Alexander Armut des V.R.R.R.S.N.U.S.T. 1.14 Uhr von auf den Schiffenplatzes an der Tatjagd-Geräusche ...mit dabei zu sein. Und dann wieder der dritte Versuch jetzt, 3.90 Uhr, ...und dann wieder der dritte Versuch. Also, ich ziehe einmal auf, aber was für den nächsten Tag passiert. Und, Stabu, Sturm, dann möchte ich mal anklatschen. So, das war der Versuch, Ingo Korka, 1.35 Uhr. 1.35 Uhr. Ah, jetzt wird es eng zu den beiden, weil auch der Ingo Korka, sie gehen in die dritten Versuche. 1.35 Uhr. Er hat das Bessere in der 40. Und auch auf der Aufbahn bleiben wir bei der Ingo Korka. 1.75 Uhr. 200 Meter, der dritte Zeitlauf. Auf der Bahn 2, Klaus Dieter Lange, wieder mit der Räufe, bei der Ingo überwohlt. Auf der 3, Werner Rücker, Eddie Nice. Auf der 4, Adolf Meeren, der da Tussmeilen. 1.35 Uhr. 200 Meter, 1.75 Uhr. Und dann dürfen wir versuchen, Stabu, Sprung, 2.35 Uhr. 2.35 Uhr. 2.35 Uhr. 2.35 Uhr. Und dann dürfen wir versuchen, Stabu, Sprung, Gottmar Schulz als Süd-Arabort. 2.35 Uhr. Einwald Ketter hat es leider nicht geschafft. Bleib bei uns 32. Ingo Korka hat jetzt noch die Möglichkeit, die 1.35 Uhr zu schaffen. 1.35 Uhr. 1.38 Uhr. Das ist die Zeit, die es unterbieten geht. Ingo Korka leider auch nicht. 1.39 Uhr für ihn. Aber unnötig. Jetzt muss man sehen, ob es ein Strechen gibt oder auch beide unterschiedliche Fehlversuche haben. Geschaut, jetzt wurde mit der Hochbahn 31,89 bis zu unterbieten. Und nach diesem Laufe begleicht die nächste Siegerehrung mit der 704 Harder und Ehren. Und 2.302, also es bleibt Heinz Keck mit der besten Zeit jetzt. Bitte Siegerehrung. Und vorbilden wir Frau Witschek. Frau Witschek, meine Damen und Herren. Wir haben die Straßenbahnfahrt für das Urhebende vom Hotel gefunden. Und wenn Sie doch mal die Stadt heute nachmittag, hohen Abend, dann wird sich das in Ihres Opens gegebende Wettkampf mit 4,27 m. Und als nächstes vollkurrte Alech in diesem Jahr beim Seniorensportfest in Fürth bereits 5,03 m gesprungen. Und wir kommen zum entscheidenden Zeitlauf in 75,200 m. 31,89 gilt es zu unterbieten. Und folgen wir an Ihnen wollen das jetzt tun. Auf der Wand 2, Jan Meister, Lach-Punster. Auf der Wand Leih, Hermann Beckering, SPVBG, Arm der Zweite von 2016. Und auf der Wand 4, der deutsche Rekordhalter und Meister des vergangenen Jahres. Und dies von Vaterstetten, Dino Müller. nach dem Jahr 2070 mit 2,70 m. Wie gesagt, wir wohnen mit Sie abzielen bleiben. Bei allen Obermeisterschaften in Wilkhardt Das Projekt, Dennis Krasi, Gmba, aus Berlin in Nassau, für die EU im Ausstattungsstufe von den Schulen. Natürlich war ich ja. Das war's gar nicht an der Vorher. Das ist ein Rüstung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, wir sind bei der Äpfung, da sind wir schon fast schon weit. Da haben wir hier schon jetzt gehafft, mit dabei ist die Frümer und Matthias Wiesbauer am besten von Karin. 24 25 wird es zu unterlegen, Salimäaingabe nach Gelskassel 35. So, ganz rief, das ist alles. Jana Mörer Schmidt, SG Fr. Volker, FH 1396. Platz 2 geht an Ellenbäller, MTG Mannheim mit 12,15 Meter. Und Platz 3 Christine Wenzel, DfK Blauweiß-Anne mit 11,74 Meter. Herzlichen Glückwunsch! Untertitelung des ZDF, 2020